Hallo, schön, dass ihr wieder mit der Basis spannenden Video von mir. Ich mache halt ein Haftersammlungsführstrick-Video und dazu kommt auch noch mal Knotenhafter, weil es gerade ein einziges ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir schon mal damit auf. So, das erste ist ein Führstrick, der ist im Braun und hat einen Panikhaken und der ist vom Krämer. Dann der nächste ist ein voll oraschener, neon oraschener Führstrick-Armel-Panikhaken, der ist auch vom Krämer von Showmaster. Ich finde die Farbe voll cool. Dann der nächste ist einer in Petrol auf dem Krämer mit Karabiner. Dann habe ich einen InMint mit Panikhaken. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der von Ickwest. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall von Lyftsau. Ich glaube, dass es doch Ickwest ist. Dann habe ich hier einen lila-pink-weiß mit Panikhaken. Der ist von Horrorsamonie. Dann kommt der nächste. Das ist ein schwarz-dunkelblauer mit Panikhaken. Von dem weiß ich nichts an mit der Marke. Der ist auch einige Jahre alt. Ich bin jetzt in der Fall, um zu rechnen, wie alt er ist. Den habe ich mir 2011 gekauft für mein erstes Pony. Also das Pony vor Pony. Gut. Dann machen wir weiter mit diesem Krämer. Koppelhalfter. Das ist Beige Bordeaux. Ich hoffe, ihr kennt das Seng. Das habe ich geschenkt gekauft, aber wenn mich nichts alles täuscht hat, dann löst er. Ah, das ist das gleiche. Ich habe das noch nicht so oft am Ballettruck gehabt. Und ja, irgendwie schaut es so von Ballett aus. Dann kommen wir zu einem Koppelhalfter von Ballett mit gestrickt. Das ist Orange. Und das habe ich letztens mit ganz viel Plätzerstein verziert, weil ich es sonst irgendwie langweilig gefunden habe. Und das ist in der Größe Warmblut. Und dazu gibt es einen roten Vierstrick. Den habe meine Mama letztens gefunden, als wir unseren Landplatz hinein gemacht haben. Also unseren Reitplatz. Und da ist der aufgetaucht. Und seitdem ist der jetzt der Drogo. Und der ist von Krämer. Und den habe ich nämlich mal als Pommes gewählt. Dann kommt das nächste Halfter. Das ist pink. Und hat so silberne Pferdschießdroh. Und in der Größe Pony. Ne, ist sogar ein großer Kopp. Ähm, es ist vom Lüster. Und für Bolle ist es sogar zu klein. Deswegen musste ich da ein Löfflein reinmachen, falls ihr das seht. Ähm, dazu ist es momentan so ein grünfarbener Vierstrick. Und der ist auch von Krämer. Und das nächste ist so ein rotes Halfter. Das ist auch mit Glitzersteinen verziert. Das hat die Anna letztens gemacht. Und das Halfter ist von Moniko. Die Marke kenne ich nicht. Das war aber alles erstes Halfter. Genau. Dann haben wir hier ein weiteres Koppelhalfter. In dunkelblau. Größe Vollblut. Und auch mit ganz viel Glitzersteinen verziert. Dann das nächste und letzte Koppelhalfter ist in dunkelblau. Welches hier vorne gelb hat. Also es kann man runter machen und am Genick auch. Und das ist Größe Vollblut. Joa. Dann das nächste Halfter ist vom Krämer. Dieses Herzi Halfter. Und ich liebe dieses Halfter. Ähm, das ist in der Größe Full. Und dazu habe ich einen Vierstrick in Beige, Blau und Hellblau und Grau von Horse Harmony ist der. Dann. Ein unbekanntes Halfter. Also von der Marke. Das ist aber so hellblau und hat so goldene Pferdchen drauf. Und das ist eine Größe Koppel. Dann haben wir das nächste. Das ist auch vom Krämer. Das ist Pünktchen Halfter. Das ist die Farbe Fuchsia. Und das ist in Größe Pony eigentlich ist es für Charlotte. Aber da ist es ein bisschen zu groß. Und beide passt das. Dann das gleiche Halfter in der Farbe Kiwi. Und in der Größe Kopp. Und ja, ich liebe diese Halfter mit diesem Flausch oben. Dann habe ich nochmal eins in Petrol. Mit diesem Bündchen. Ich liebe die Halfter einfach mega. Dann wieder ein Halfter von Krämer. Das ist, glaube ich, das Halfter Supergünstig 2, weil das nämlich unterlegt ist. In der Farbe Petrol. Ich finde das für mega. Und das habe ich geschenkt gekriegt. Dann habe ich das gleiche Halfter Supergünstig 2 in Blau. Und das ist auch im Kopf. Dann kommen wir zu einem pinken Halfter. Ich mag Pink nicht besonders. Aber das habe ich geschenkt gekriegt. Und das ist in Pool. Und Bolle eigentlich fast zu groß. Mit Ach und Krach passt. Dann haben wir hier wieder ein pinkes Halfter. In Größe Kopp. Welches ich auch geschenkt gekriegt habe. Dann das nächste Halfter. Ist auch von Krämer. Ach, das pinke war auch von Krämer. Und das mit dem Fellplausch. Keine Ahnung woher. Das ist auch eins von Krämer. In Blau und ein Kopp. Welches ich auch geschenkt gekriegt habe. Dann kommen wir zu einem weiteren Halfter. Das ist in so einem lila Bordeaux. Rot. Und das hat da überall solche Pferdchen drauf. Und in Größe Marmblut. Dann ein Halfter welches ich sehr mag. Nämlich das da. Nur von der Sonne ausgebleicht. Das ist in Größe Kopp. Und von Horse Harmony. Und das hat diese Farben. Rot, Pink und Weiß. Äh. Lila, Pink und Weiß. Dann. Das nächste Halfter ist ein schwarzes Halfter. Von Löstau. In der Größe Kattblut. Das ist eins von Sion. Und das ist bunt, bunt mit Glitzersteinen von mir verziert worden. Dann haben wir hier eines in dieser Farbe. In schwarz. Es hat lauter so komische Verzierungen. Ähm. Die Marke ist Bighorn. Und das ist von meiner Mom. Und dann haben wir hier noch ein Halfter. Ein schwarzes Eskatron Halfter. Das ist von Sion. Der das geschottert hat. Und seitdem passt die Nummer. Und jetzt hat Bolle. Und das letzte Halfter. Ist sogar. Ähm. Das erste Halfter, was ich Bolle überhaupt gekauft habe. Das ist nämlich Turkis und Bling Bling. Und das hat es nämlich damals beim Löstau gegeben. Und das ist in Buhl. Und so schaut es aus. Und ja. Ich hoffe, dass euch mein Halftersammlungsvideo gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Ähm. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Ich würde mich darüber gefallen. Und vielleicht wird sich der ein oder andere denken. Warum braucht man so viel Halfter? Hm. Es gibt Menschen, die haben eine Schabrackensucht. Eine Halftersucht oder keine Ahnung welche Süchte. Ähm. Ja. Es ist eigentlich immer schön, wenn man was anderes ein Pferd urzeln kann. Und ja. Es sammelt sich halt einfach als mögliche. Und ich habe auch zum Beispiel. Das Hafte ist ja ein Fool. Vielleicht habt ihr das Akzent, dass ein paar Hafte ein Fool sind. Weil ich den ab und zu dann auch Sion oder Pelle urzeln. Pelle kann ich ab und zu Kleinpferd urzeln. Aber auch nicht alle. Und ja. Das ist so alltöglich, nicht? Also ich hoffe, dass ihr es erfahren habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.